Hallo liebes Regenbogenland, hier ist Leiter Wenen und ich habe gerade auf dem Wasser fahrend von der Fahrt von Karlsruhe ins Nirgendwo gespielt mit ungefähr 200 Leuten. Ich will euch was zeigen. Hier sind noch zwei Flaschen Cola übrig. Das war's. Ihr könnt euch also vorstellen, was wir gemacht haben die ganze Zeit. Wir hatten eine richtig gute Zeit, haben ein kleines Konzert zusammengespielt. Gemeinsam sagt jetzt sowas nur. Wetter war top, hat ganz gemütlich funktioniert. Ich würde es jederzeit wieder machen. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, sollt ihr es tun. Und allen anderen, die da mal mitgekommen haben, sage ich großes Dankeschön. Hat großen Spaß gemacht. Bis dann. Ciao.